Hallo, heute ist es wieder Nu4U. Ich war am Sonntag auf dem Gutenberg-Marathon und ich habe jetzt immer schnell meine Laufklamotten für das Video hier angezogen. Und ich habe eine Schuler-Staffel mitgemacht, zum ersten Mal, weil ich bin ja jetzt halt in der neuen Schule. Und da habe ich das erste Mal mitgemacht. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe ein bisschen was, aber wirklich auch nur so ein kleines bisschen, was gefilmt. Also mein Vater hat es gefilmt. Und es ist nicht viel Material, gar nicht viel wirklich. Aber ich zeige euch das jetzt einfach mal. Wir sind gerade auf dem Weg nach Mainz zum Marathon. Und ich bin auf dem Herzen. Die Das ist beiising auch. Ja, beiis-Panche. Das heißt, wenn die erstmal durch den Startzielbereich gefühlt werden muss. Nochmal schnell die Arme und Beine gerockert, gleich geht's los also. Für die Jungs und Mädels, wenige Sekunden noch. Auch für die Jungs und Mädels sind immer ein Highlight hier in Mainz zu starten, noch 5 Sekunden. Runtergezählt von Klaus Hafter und wirklich 10 Uhr geht's los. Mit was für einem Tempo. Voller Motivation. Und hier so ein kleiner Zuspruch, so ein Feldknotenpunkt. Und dann hört man's auch an der Akustik, an dem Beifall und am lauten Zug. Und dann hört man's auch an der Akustik, an dem Beifall und am lauten Zug. und hier so viel zu sagen, dass sie trägt nochmal einen Schuf. Ein wunderschönen Morgen, Hobsdorf, Mädels. Danke und Geburt! Applaus Es war ganz gut soweit. Und ich bin jetzt ein bisschen fertig, aber es war schön, ich glaube ich mach das nächste Mal wieder mit. Hier ist meine Urkunde und die habe ich bekommen, aber ich glaube die hat auch jeder bekommen. Und hier ist meine Medaille, die habe ich auch bekommen, aber die hat auch wieder jeder bekommen. Ich war jetzt nicht so eine unter den besten, aber ich war auch nicht einer der schlechtesten, sag ich jetzt mal. Ich war so im Mittelbereich, wenn es nach Noten ging, so eine 3, glaube ich. So, die Auslosung, die kommt übrigens auch bald. Und ja, wir sehen uns dann wieder, weil es heißt Blue for you. Okay. Okay.